Gute Tee mit Prozent. Machen und Herz warm. Aber Laune. Nein, keine Laune. Langweilig heute. Kannst du vielleicht erzählen was? Geschichte? Ja. Geschichte habe ich nicht. Vor, vor letzte Woche habe ich Geschichte. Letzte Woche? Acht Tage? Blöd, Mann, genau. Acht Tage. Ich war noch Mülltunner schlafen. Ja, war ich also McDonalds. Kennst du McDonalds? Ja, nein. Wo diese rotheilige Clown? Diese Clown ich kenne, macht Kinderfett. Genau, genau. Komm ich mich driefen mit Fahrrad. Habe ich mit Fahrrad mit zwei Rädern gekauft. Gut, ganz zwei Rädern. Gute Türke verkauft. Aha, 3,50 Euro. Genau, bin ich McDonalds, wollen Chick Nuggets. Ich kenne nicht. Diese Hühner gepresste. Ah, kleine tote Hühner. Genau. Aha. Also ich so, ich wollen 17 Chick Nuggets. 17 Chick Nuggets. Ja, 17, gut. Ich so, na tut mir leid, haben wir nur 20. Bist du blöd oder was? Besser? Ich so, ich wollen 17, 20 zu viel. Ja, so zu viel. Bist du blöd oder was? Hast du drei weg und hast du 17? Ist doch logisch, oder? Da wurde Frau keine Mathematikschule gekauft. Die, die rechnen hier noch mit Apfel und so. Kennen du auch diese Teile, was dranhängen? Ja. Spenden Geld. Nein. So, kleine Geld für Kinder, so, für Arme. Nein. Haben Frauen mir nicht verkauft, hab ich mitgerissen. Bin abgehauen. Du genommen? Frau von Klau nichts gesehen? Nichts gesehen, die Frau von Klau. Jenrich, ich habe Mädchen gesehen in der Stadt. Du, haben Mädchen gesehen? Voll hübsch. Schamhaare im Gesicht ein bisschen, aber hübsch. Haben auch Zähne Haare. Auf Zähne Haare und Arsch, schöner Arsch. Auch im Gesicht. Voll krass. Kennen auch so Frauen. Schöne Augen. Haben eine Frau geschlafen, haben gesehen wie mein Vater aus. Weißt du was, Boris? Ja. Ich habe neue Neuigkeiten gehört. Und du haben? Ich habe im Fernsehen was Neues gesehen. Du haben im Fernsehen? Ja. Also haben du was gehört? Grippe mit Vogel? Noch noch nicht. Also passen du auf, eine Russe aus Russland hat Vogel mitgenommen. Und dieser Vogel in Deutschland hat alle krank gemacht. Vogel hat krank? Vogel hat Grippe. Ach so, Grippe Vogel? Ja schau, zum Beispiel auch das Vogel. Ah nein, das ist Ente, diese. Also nicht Vogel. Diese Ente. Ich kenne andere, so Penis Grippe Vogel. Kennst du? Macht Penis, Husten, wenn du baller, baller kannst du. Werden dann Eier blau? Wenn du diese Grippe haben? Ja, ich weiß nicht. Weil ich habe Lille Eier. Lille? Ja, ich habe zusammen Ostern machen, wenn du mit Bruder weißt. Ich habe keinen. Aber du neue Bericht gesehen schon? Diese mit Sonne. Ich gesehen. Sonne? Umwelt, bald kaputt alles. Gehen das auch? Ja Leute, ich habe alles Müll gemacht überall. Die Sonne ist groß geworden. Frau zu mir kommen und du Müll sein. Du Müll sein, ja. Nein, ich Müll sein. Okay, du Müll sein. Nein. Haben noch Geschichten erzählen? Ja, nein. Einmal wollte ich Sex haben, habe ein Date gemacht mit Mädchen. Du mit Mädchen Sex. Wollten, ja. Also habe ich Torte gebacken mit Pilzen und Eier. Pilze Torte, ja. Ja. Haben sie gegessen und dann sind sie ins Zimmer gegangen. Dunkle Zimmer. Ich dachte gleich soweit sein. Haben Mops eigentlich gehabt. Wenn Axel Kohle zusammen drückt, kommen Mops raus. Ja. Bin ins Zimmer reingekommen, war alles dunkel. Wollten nichts derben, weißt. Haben Licht nicht angemacht. Ja. Haben mich dann hingelegt, haben Eier rausgeholt und so, weißt. Haben Eier. Haben reingetan. Also Mädchen mit Eier. Nein, nein. Ich habe rausgeholt. Eich. Ich habe ihn eine ganze Nacht gemacht. Drei, vier Mal gekommen. Am nächsten Morgen mache ich Lichter. Scheiße. Meine Schwester. Na. Ja. Scheiße. Die ist durch die Tür ausgegangen. Hast du weiter gemacht? Nein. Ja, Müll auch. Alle sterben. Ja, nein. Ich auch. Du, nein. Du schon. Ich war beim Zahnarzt. Du haben Zähne? Ja, habe noch. Zahnarzt gesagt, gute Zähne, aber auch Müll gefunden, Felix. Aber verstehe mich falsch, Boris. Deine Mama kann nicht kochen. Meine Mama kann nicht kochen, hast du gesagt? Deine Mama kann nicht diesen können, Rasen mähen. Deine Mama machen Schwitzen beim Scheißen. Meine Mama Scheißen? Hast du gesagt, hast du gesehen? Ich habe geriechen. Ach du Schwein. Aber deine Mama kocht ohne Salz. Was? Warte, boys. Du, Bruder. Ja, nein. Unsere Mama. Mama gleich? Ja. Aber meine Hubscher. Meine Hubscher. Meine Hubscher. Meine Hubscher. Deine Mama macht Pizza ohne Käse. Deine Mama sieht wie ein Vater aus. Deine Mama hat Bar. Hahaha. Hahaha. Allem, nein.